So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monkey Island. Und, wie ihr hört, meine Nase ist dicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das weg ist, aber okay. Wir spielen mal weiter. Wie gesagt, meine Nase ist dicht, ich habe leichte Kopfschmerzen. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Hatten wir das, ähm, ja, das Idol hatten wir eingesammelt. Dann. Achso, äh, wir sind da. Okay, äh, ja. Gehen wir mal zum Dschungel und zu den Kannibalen. Lass uns mal wieder fangen. Hallo. Ahem. Tschölle. Hallo. Oh. Nein. Äh. Oh, go ahead and eat me. See if I care. Koch mich, los. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich Idiot. Ich hätte sagen, bitte esst mich nicht. Egal. Nein. Und wieder raus. Ja, bin ich. Ja, alles. Okay. 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 Wow. This is impressive. Kunst. Take a look at this. Oh, that's nice. And it says made by... Lemonhead. Just like one of mine. We should take this to the great monkey. Yes. I agree. We are very grateful to you for this fine gift. If there's anything you need on Monkey Island, just come see us. Ja. So, ich brauche den Bananenpflücker. Pack-up Bananenpflücker. Den muss ich eintauschen. Bei Herman. Jetzt ist es scheiß hin und her. Ich kriege jetzt den Schlüssel. Ich kriege jetzt den Schlüssel. Hey. Klar werde ich ihn benutzen. Wie sehe ich aus? Wie vollidiot. Äh, ja. Ich bin Guybrush, der Vollidiot. So, wir... fahren jetzt zurück zu diesem Strand. Und danach geht's... zum riesigen Affenkopf. So, ab in den Dschungel. Und zum Affenkopf. Jetzt säubern wir mal schön seine Ohren. Ach, der Affe ist noch wieder da. Schon noch immer da. Ich höre ihn. Ja. Machst du fein. Das Kleine ist noch nicht wieder da. Inventory. Use. Also benutze den... Schlüssel mit... Ohr. Bäh. Bäh. Sag mal, als Vergleich... Äh, war das F10, ne? Sieht fast genauso aus. Wobei, doch, ich finde, die Augen sehen... ...coole aus. Hm. Ich glaube, gleich verlaufe ich mich mal wieder. Ich hatte ein Gefühl, dass in Hölle... ... es gibt Muschroms. Ja, ich auch. Okay. Okay. So. Wir gehen zur Nase. Gross. Ja. Ich glaube, ich habe da durch. So, aber jetzt haben wir es wieder. Den Salat, äh... Wir brauchen noch was zum... ...navigieren. Sieht schon wieder alles komplett anders aus. Man verläuft es hier drin so schnell. Da, es sieht ja nichts so aus, wie es sein sollte. Ja, und jetzt bin ich schon wieder... ...da vorne... ...wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich brauche was zum Navigieren. Inventory, gucken wir mal. Jus. Das bringt mir nichts. So, und wieder zurück zu den scheiß Kannibalen. Weil den Schlüssel brauche ich ja nicht mehr. Und ich verlaufe mich sonst eh da drin. Was ich schon einige Mal gemacht habe. Also, äh... Es ist nicht mehr so viel. Von der Story. Soweit ich mich erinnere. Das ist mal ein... Boah, meine Nase pfeift. Ähm. Jetzt müssen wir nur noch den scheiß... ...quasi... ...inneren Kompass finden. Ich weiß ja, wo wir den herkriegen. Und dann müssen wir... ...ähm... ...noch da rein. Dann sehen wir ein paar Sachen. Und dann... ...ne, wir müssen auch noch auf dem Schiff was machen. Und dann geht's schon wieder zurück. Hast du zurückgekommen, um dich zu retten, ...zurebliche Geschenke zu retten? Well, eigentlich ist es etwas. Sag uns, was ist es? Ich guckee jemanden. Hier? Auf Monkey Island. Yep. Yep. Wir sind die einzige Leute, die auf Monkey Island leben. Welch, die einzige, die zivilisiert werden. Ähm. Das ist okay. Die Leute, die ich guckee, sind nicht leben. Oh, ja. Ja, die Leute. Dann habt ihr den Ghostpiraten LeChuck und seine Kadaverous-Crew? Ja, hab da. Die Kerzen haben uns seit Monaten geflogen. Zoomiert hier in diesem schrecklichen Ghost-Ship von ihnen. Wöhnt und wöhnt, bis alle Stunden am Morgen. Schraubt weg, all die Crew-Ship-Business? Normalerweise, wenn wir Probleme mit den Unmieden haben, dann haben wir nur die Zivilisiert-Crew-Ship-Business und es ist fertig. Was ist in dein Zivilisiert-Crew-Ship-Business? Na, das Hauptstoffe der Zivilisiert ist eine sehr wenige Runde. In Wahrheit, nur eine in der Existenz. Wir haben nur ein bisschen mehr Zeit, wie du siehst. Aber LeChuck hat das ganze Leben verraten. Ja, die muss ich noch klauen, ne? Ja. Wie gut, dass wir es nicht riechen können. Und dann Lachuck kam und hat alles verloren, richtig? Ja. Nein, wir haben die Karte. Es wurde verraten. Na gut, wir haben ihn zu einem Hermit, die auf der Kirche leben. Und bis dieser Krusty-Older-Pantless-Weirdow zurückkommt, wir haben seine Bananer-Picker. Lachuck kam hier und hat deine Karte? Was ein Kerl. Und ich dachte, dass die Bananer-Packen etwas besser wäre. Ich bin weg, um Lachuck zu finden und holen die Karte. Entschuldigung, aber es ist einfach nicht so einfach. Ich versuchte, um Lachuck zu finden, könnte sehr gefährlich sein. Du hast niemals einen Weg durch die Katakombe ohne die... Hey, es ist der Karte auf der Karte des Anvigators, nicht wahr? Was? Nichts. Nichts. Ich versuchte, dass die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe. Oh, nein. Wir können ihn zumindest sagen, was die Katakombe macht. Wir können ihn nicht mehr so einfach, was die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe ohne die Katakombe. Ich weiß. Hallo. Ich möchte euch nicht den Kopf wiedergeben. Äh, nicht den Kopf wiedergeben. Ah, der Schlüssel zum großen Monk. Vielen Dank. Scheiße. Oh, wir können das nicht nehmen. Du hast uns schon so viel gegeben. Ich glaube, sie haben eine sehr wichtige Diskussion. Was muss ich ihnen nochmal geben? Äh, ach ja. Ich glaube, den Kompass. Ah. Einer der neuen Magnetischen Kompassen. Zu hochwertig. Ja. Gib mir eine gute, old-fashioneden, disembodiede Hände. Hm. Hm. Was musste ich denen nochmal geben? Nein. Hm. Hm. Was musste ich denen nochmal geben für den Kopf? Ich weiß es nicht mehr. Navigator-Kopf. Ähm. Captain's Log, March 12. Ich wünsche, Toothrod würde ein Batsch nehmen. Captain's Log, March 17. Ich wünsche, Toothrod würde zu stoppen. Captain's Log, March 12. Ich wünsche, Toothrod würde zu stoppen. Wie, trinke ich nochmal den Scheißkopf? Toothrod ist wirklich auf meine Nerven. Ich finde, es ist nur ein Wichtiges Zeit, bevor wir zu blöden. Äh. Captain's Log, April 2. I don't know how we did it, but we arrived at Monkey Island. Ich weiß nicht mehr, wie ich den kriege. Ähm. Captain's Log, April 4. Toothrod und ich füllen die Roboter mit Supplieren und sind bereit, zu fahren zu Monkey Island. Wir sind beide begeistert, dass wir die erste zivilisierte Menschen sein, um das Geheimnis von Monkey Island zu lernen. Ich weiß es nicht. Ich hab echt vergessen, wie das geht. Äh. Wie krieg ich den Scheißkopf? Wie krieg ich den Scheißkopf? Toothrod, ähm. Leaflet. 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 Was waren wir mal? Leaflet. Ah. Entschuldigung. Ich hab grad nachgeguckt, weil ich es nicht mehr weiß. Was war nochmal Leaflet? Da. Okay. Ah, okay. Hm. Entschuldigung, dass ich jetzt mal gefuscht hab. Oh, das ist so lange her. Oh, das ist so lange her. Looks pretty good for a dried-up old head, doesn't it? Okay. Oh, look! Ich denke, ich bin. Ich bin, ich bin. Und dann, ich bin, ich bin. Und dann, ich bin. Und hier kommen wir. Und wir werden eine Bezahl an der Nutzung, leichtsäglichen schüssel noch nicht zurückgeben machen machen wir mal machen wir mal scheiße mal sowas vergisst jetzt ausprobieren können ohne ende auf jeden fall wir benutzen es wie das boot fahrt runter und versuche uns mal in den katakomben schneller du bist noch jung das kannst du okay rein da in den affenkopf rein in den hier inventory jetzt schon mal benutzen sehr praktisch stehen rechts immer rechts die gewaltungen go to the right okay mach mal Ich gehe nach rechts. Ich sehe mich nicht. Ich hasse es hier. Ich gehe nach rechts? Warum? Jetzt kann ich ja nur nach rechts. Das ging schnell. Ich gehe da mal wieder. Geh hoch. Wir müssen dieser Scheiß. Halskette benutzen. Klar. Und doch. Boah, scheiße. Ich will die Kette. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich mach so weiter. Bitte, bitte, mit Zucker drauf? Oh, all right, you big baby. You can have it. Hey, what good is a necklace if you don't have shoulders? Richtig. Richtig. Dieser Gesichtsausdruck. Okay, use. Necklace. Jetzt bin ich unsichtbar. Ja, aber richtig. So, wie war das noch mal. Ich bin unsichtbar. Zum Hund will ich noch nicht, ähm, gehen wir da rein. Scheiße, ich wollte den Grock doch haben. Okay, äh. Untersuchern. Hm. Okay. okay federn wir sind immer federn sonst nichts mehr So, wofür brauche ich den Glock noch? Was war das? 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 Bisschen laut, ne? Ich nehme den alten Routen und bin auf der Weg. Mach ich. So, jetzt wieder zurück zu den Scheißkarnivalen. Und dann... Würde ich sagen, sind wir fast durch. Genau. Er wusste ganz genau, was ich machen möchte. Er ist nicht so ein Wimper. Komm schon, wir machen uns den Fermenten-Root. Warte hier, wir sind gleich zurück. Schön, Monke. Cool. Würde wir... Ähm, ich hab nichts gesagt. Ähm... Ich würd sagen, Würde wir... So... Ich glaub, wir haben die... Genau. Du bist schon tot. Ja? Ja? Nein, kannst du ihn nicht. Mach das, erzähl, los. Mhm. Mhm. Okay, versprochen. Okay, ich versprochen. Okay. Welche Hochzeit? Ach ja, ich... Ich weiß ja. Äh... Wir fragen. Welche Hochzeit? LeChuck ist der Gouverneur der Melee Island. Wuh! 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 Wo ist die Hochzeit? Wo ist die Hochzeit? Ja! Ja! Melee Island? Oh nein! So, warum bist du noch hier? Okay, aber... My head fell into the lava there. And I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Haha. Shamed too... I hate to miss the wedding. What's that? Natürlich muss ich sie aufhalten. Oh nein. Das Schiff ist noch da. Okay. Das Schiff ist noch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet und sag mal bis bald und tschüss.